Ich bin super überzeugt von dem Standkonzept. Es ist nicht mehr ein einfaches Ort, wo man Fashion findet. Es ist ein Lebensstilplatz. Ich denke, die Nova Fair ist eine gute Addition zur Fashion-Brewing. Das war für uns hier rundum perfekt. Das ist das, was wir sind. Wir sind Rock'n'Roll. In unserem Geschäft versuchen wir auch zu progessen. Es ist ein super Bewegung. Ein nettes Team hier und der Kunde kommt gerne her und schreibt hier sehr gerne. Die Kunden kommen in, machen reordern und neue Kunden. Das ist das, was wir auch. Wir alle schauen für das gleiche. Wir machen die Leute glücklich. Wir machen die Leute glücklich. Wir machen die Leute glücklich. Das ist das, was wir haben. Wir machen die Leute glücklich. Wir machen die Leute glücklich. Untertitelung des ZDF, 2020